Hallo und willkommen! Mit diesem Video starten wir eine neue Videoserie. In dieser Videoserie wollen wir uns vor allem immer 10 Mods anschauen, die noch total unbekannt sind. Und mit total unbekannt meine ich jetzt mal so ungefähr unter 10.000 Downloads. Wir haben dabei teilweise Mods dabei, die nicht mal 100 Downloads erreicht haben. Also extrem spannend und was noch sehr sehr spannend ist, wir starten sogar mit der 1.20. Denn obwohl die 1.20 erst 3 Tage alt ist, gibt es schon sehr viele Mods dafür. Und deswegen gucken wir uns heute 10 Minecraft Mods an, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Als erstes schauen wir uns die Mod Local Looks an. Bei diesem Mod geht es darum, dass wir unser Aussehen im Multiplayer oder auf dem Singleplayer anpassen, je nachdem wo wir gerade sind. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, die eine Welt, da möchte ich ganz düster aussehen oder in dem anderen möchte ich wie Ninja aussehen, dann könnt ihr genau das machen. Dafür habt ihr dann diesen Spiegel. Wenn wir diesen Spiegel haben, dann können wir auch da bereits einstellen, ob unsere Arme eben etwas breiter sind oder eben auch nicht. Wir können unseren Skin resetten und wir können uns dann unseren Skin mit einem Pfad aussuchen, was ich persönlich jetzt eher weniger empfehlen würde. Oder eben eine Datei raussuchen, wo der Skin drin ist. Wie ihr auch sehen könnt, können wir dann hier unseren Ordner aufrufen, denn dabei haben wir einen bestimmten Ordner, wo wir dann alle Sachen reinhauen. Und da habe ich jetzt mal einfach einen neuen Skin erstellt, der ein bisschen mehr lila ist. Deswegen wählen wir den aus und siehe da, wir sehen damit lila aus. Von daher haben wir unseren Skin ausgetauscht. Jetzt können wir gerne mal eine neue Welt erstellen und schauen, ob wir da auch genauso aussehen. Und siehe da, wir sind in einer neuen Welt und wir sehen genauso aus wie sonst. Wenn wir hier jetzt reingehen, dann sehen wir auch hier ganz normal und hier können wir das Ganze wieder auswählen. Also eine sehr coole Sache, die wir hier nutzen können, um unser Aussehen je nach Server anzupassen, was ich sehr praktisch finde. Wenn ich das Ganze bewerten sollte, könnt ihr das übrigens auch gerne kommentieren. Wir machen das jetzt heute mal und von daher würde ich dem Ganzen gleich 10 Punkte geben, denn hier kann man eigentlich gar nichts besser machen, als das, was es vielleicht schon ist. Die zweite Mod, die wir uns anschauen, ist die Punchy-Mod. Bei dieser Mod geht es darum, wir haben hier Punchy-Sticks und mehr im Grunde auch nicht. Das heißt, wir können hier drauf springen und bekommen Schaden und werden dabei durch die Gegend gewirbelt. Also eine ziemlich coole Mod, ist sehr einfach gehalten und gerade in großen Mod-Packs wahrscheinlich eher unauffällig. Aber tut seinen Job, von daher würde ich wieder sagen 10 von 10. Die nächsten zwei Mods, die wir uns anschauen, haben mit Betten zu tun. Deswegen gehen wir mal kurz in den Nieder, denn normalerweise, wenn wir jetzt mal in Survival gehen, setzen wir hier ein Betten und es würde explodieren, wenn wir Rechtsklick machen. Und genau das passiert hier nicht, denn dafür ist die Mod Bats Don't Explode zuständig. Letztendlich bringt uns das jetzt keine großen Vorteile und ich sehe das auch eher als Handicap, aber wer das braucht, der kann das Ganze nutzen. Letztendlich kriegen wir hier eh nur eine Meldung und jetzt machen wir den nächsten Test. Ich spamme das Ganze mal und es passiert erstmal nichts. Das ist sehr schade, denn eigentlich wollte ich eine zweite Mod damit kombinieren, aber dafür gehen wir mal in die O-Word. Denn die nächste Mod, die wir nutzen, ist die Mod Toxic Bats. Wenn wir die nutzen, dann wird das Bett wohl aggressiv und da bin ich echt gespannt, wie es drauf reagiert. You can only sleep at night. Okay, passt soweit. Wir spammen jetzt einfach mal, denn genau das sollten wir normalerweise nicht tun. Und deswegen probieren wir es, aber bisher kommt eigentlich gar keine Reaktion. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Normalerweise sollte nun ein größerer Text erscheinen, der uns immer wieder sagt, hey, du kannst ja nicht schlafen, aber offensichtlich ist diese Mod verbuggt und tut seinen Job nicht, wie es soll. Daher würde ich sagen, die Mod, dass wir im Neto nicht schlafen können, tut seinen Job. Deswegen würde ich auch da normalerweise 10 von 10 sagen, aber von der Funktionalität finde ich es sehr, sehr langweilig. Eher eine 2 von 10 und diese Mod 0 von 10, denn da ist nichts funktionell. Nun kommen wir wahrscheinlich zu den größeren Geschützen, denn die nächste Mod ist die Shrink-Mod und im Grunde macht sie nichts anderes, als uns größer oder kleiner werden zu lassen, was extrem cool ist. So können wir hier einfach auswählen, was für eine Größe wir wollen. Also wir können jetzt auch mal wirklich bis zum Minimum runtergehen, das wäre 0,2. Und wenn wir nun Shift-Rechts-Klick machen, dann sind wir einfach kleiner als Blumen, was extrem cool ist. Die Funktion werdet ihr wahrscheinlich schon von anderen Mods kennen, aber diese Mod, die sich einfach nur Shrink nennt, die gibt es in dieser Form bisher noch nicht, aber tut genauso seinen Job, also wer in der 1.20 klein sein möchte, der kann das jetzt. Die nächste Mod nennt sich The Fans Unleashed und dabei soll es darum gehen, dass wir hier keine Mobs mehr aus den Zäunen rausbekommen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Also wenn wir jetzt mal in Survival gehen, dann öffnen wir das Ganze und machen jetzt sogar mal Seeds in die Hände rein und ihr seht, oh, die kommen hier nicht raus, komme ich rein, aber klar, natürlich komme ich hier rein. Also von daher, das tut seinen Job und ich muss sagen, das ist ein so kleines Feature, das so viele Vorteile bringt und es wundert mich, dass sowas überhaupt nicht in Minecraft integriert ist. Von daher, The Fans Unleashed, eine geniale Mod, würde ich auch wieder 10 von 10 sagen, denn die ist wirklich nützlich. Als nächstes schauen wir uns eine Mod an, die ich sehr, sehr spannend finde, denn es soll einen VFX-Generator geben und wer sich damit auskennt, der weiß, es geht jetzt hier um ganz coole Special Effects und wie das funktioniert, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben hier ein Gerät und wir können hier nun sagen, was für ein Type das ist, ob das Collision machen sollen, wie es sich bewegt und danach sollten wir dann eigentlich in der Lage sein, hier gewisse Bewegungen reinzubringen und ich bin echt gespannt, ob das jetzt tut. Deswegen machen wir das alles mal an, machen hier einfach mal ein paar random Sachen rein und jetzt ist die Frage, wie schalte ich das an? Wahrscheinlich mit einem Ransom-Signal. Deswegen probieren wir genau das und es fliegen Partikel schon mal. Wow! Ich finde das schon mal sehr, sehr interessant, dass wir einfach Partikel anzeugen können mit diesem tollen Gerät. Aber jetzt ist die Frage, was können wir da mit alles machen? Wir können hier wohl Partikel auswählen. Also zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir wollen unbedingt, dass hier Herzen fliegen. Dann sollten jetzt hier Herzen fliegen. Wunderbar! Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir wollen eigentlich nur Rottöne haben, dann müssen wir wahrscheinlich alle anderen Töne ausschalten. So ungefähr. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier ganz verschiedene Elemente an Rottönen. Wir können das Ganze natürlich ein bisschen hochdrehen, dann sind das vor allem leuchtend rote Töne, was extrem cool ist und wir können wahrscheinlich in jegliche Bewegung gehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es soll vor allem in eine Richtung gehen, dann drehen wir einfach daran und schon sollten wir sehen, wie es sich in eine Richtung bewegt und dort genutzt werden kann. Auch interessant finde ich den Gedanken der Kollision und das würde ich jetzt gerne mal probieren. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal ein paar Elemente hin und schauen, was dann passiert. Und offensichtlich prallen die dagegen ab und können berechnet werden. Also, oh, das macht echt Spaß damit. Also zusammengefasst, eine sehr coole Mod. Sowas ähnliches gab es schon vor langer, langer Zeit mal bei Draconic Evolution. Wurde damals leider wieder entfernt, denn ich war ein großer Fan davon. Aber ich bin sehr froh darüber, dass es sowas wieder gibt und das kann man schon in vielen Momenten sehr gut nutzen. Als nächstes schauen wir uns die Mod Museum Curator an. Bei diesem Mod gibt es eine große Checklist, mit der wir abhaken können, was wir bereits gesammelt haben. Das bedeutet, wir können uns unser eigenes Museum damit aufbauen. Das heißt, wir haben hier jeweils Items und können die anhaken, je nachdem, ob wir sie gerade gesammelt haben oder eben nicht. Also, wer sein eigenes Museum aufbauen möchte oder einfach seine Base mit jeglichen Items ausstatten möchte, die bereits existieren, der kann das damit ziemlich gut machen. Und wir sehen auch, das Ganze ist sogar mit den neuen Mods ausgestattet. Und apropos neue Mods, genau darauf gehen wir jetzt ein. Aber erstmal, die Museums-Mod finde ich bisher ziemlich gut und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht noch optimieren kann. Und deswegen würde ich dem Ganzen hier eine 8 von 10 geben. Als nächstes schauen wir uns die Mod Armors Trims an. Bei dieser Mod geht es darum, wir arbeiten mit den neuen Trims, die wir nun nutzen können. Denn die bringen uns normalerweise ein ganz cooles Aussehen. So habe ich beispielsweise, wenn wir doch mal die eine Rüstung tragen hier, habe ich ein ganz cooles neues Aussehen, das alles nur über diese Trims möglich ist. Und genau das nutzen wir zu unserem Vorteil. Denn wenn wir das Ganze jetzt mal machen mit zum Beispiel dem hier, dann packen wir hier einmal ein Spire Armor Trim rein, dazu Diamanten rein. Und das machen wir jetzt mal mit jedem Rüstungsteil. Das heißt, wir bauen uns ein ganzes Set damit auf. Und wenn wir das gemacht haben und dann hier reinlegen, dann seht ihr, nun haben wir einen Strength-Effekt bekommen. Das heißt, wir sind nun in der Lage, mit dieser Armor, beziehungsweise mit den Trims, coole Effekte zu bekommen. Aber wichtiger Hinweis, ihr könnt immer nur einen Effekt haben und das, wenn die ganze Rüstung denselben Trim nutzt. Also von daher Vorsicht. Und außerdem der Hinweis, diese Mod ist noch ein bisschen fehlerhaft, denn ihr habt es gerade vielleicht schon gemerkt, dabei gab es zum Beispiel keine Effekte. Meine Theorie ist, dass sowas zum Beispiel nur mit Diamant oder Naderite funktioniert oder dass es eben teilweise nur für bestimmte Effekte bisher freigeschalten wurde. Von daher bin ich sehr gespannt, wie diese Mod noch weitergemacht wird. Natürlich sollte ich diese Mod auch bewerten und deswegen gibt es für diese Mod eines, sagen wir mal, 6 von 10, denn an sich ist das Konzept dahinter sehr cool. Allerdings ist es noch ein bisschen fehlerhaft und auch das, dass es nicht wie ein richtiger Effekt drin ist, wundert mich auch ein bisschen. Aber gut, kommen wir zur letzten Mod und zwar die krasseste Mod mit großem Abstand, denn die Mod nennt sich Helions Sniffer Plus. Bei dieser Mod geht es um den neuen Sniffer, den es natürlich jetzt im Spiel gibt. Und deswegen holen wir uns ganz kurz mal einen Sniffer her. Alright, da haben wir unseren Sniffer. Und dieser Sniffer, ich denke, die meisten wissen bereits, wie er funktioniert. Der Kollege kann nach Seeds suchen und diese dann ausgraben. Doch bisher gab es leider nicht so viele Seeds und deswegen wurden mit dieser Mod einige Seeds hinzugefügt, die das ganze Spiel natürlich interessanter machen. Da haben wir gerade gesehen, wie ihr einen coolen neuen Seed rausbekommen, was extrem cool ist. Aber jetzt gehen wir noch auf die weiteren Funktionen ein, denn wir können das Ganze jetzt mal Shift-Rechts klicken und nun einen Sattel reinlegen. Das heißt, wir können auf ihm reiten, was schon mal extrem cool ist. Aber das ist noch lang nicht alles. Wir sind auch in der Lage, mit Rechtsklick hier eine Kiste ranzuhängen und wenn wir nun das Inventar öffnen, dann seht ihr, da können wir die ganzen Sachen reinlegen, die wir gerade dabei haben. Außerdem, was ganz cool ist, wenn er nun Items sammelt, dann landen die direkt in dieser Kiste drin, wodurch wir eine automatische Farm von den ganzen Sachen haben, was extrem cool ist. Was auch noch für ein paar kleine nette Features dabei sind, ist zum Beispiel der Fakt, diese Torchlights, die kennt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile, die geben normalerweise kein Licht aus. Aber wenn wir jetzt mal Time to Set Night machen, dann werdet ihr das sehen, oh, die leuchten mittlerweile. Und das ist ziemlich praktisch, denn es ergibt ja auch Sinn, dass eine Torchflower natürlich auch Licht ausgibt. Falls ihr euch jetzt gedacht habt, boah, das ist aber einiges, das ist immer noch nicht alles. Mit diesem Banner sind wir in der Lage, dass der Kollege uns raussuchen kann, wo wir den nächsten Outpost haben. Das heißt, er führt uns jetzt genau dorthin, wo wir einen Outpost haben, damit wir die ganzen Villager-Kollegen finden können. Und zu guter Letzt noch eine Sache, die ich extrem krass finde, die haben sogar ein eigenes Biom hinzugefügt. Denn wenn wir uns mal hier teleportieren, dann merkt ihr, wow, hier gibt es eigene Biome, die extrem gut zum Sniffen passen und das Spiel einfach noch um einiges interessanter machen. Von daher würde ich dieser Mod ganz klar eine 10 von 10 geben. Vor allem auch der Fakt, dass diese Mod wohl bereits jetzt schon existiert, obwohl die 1,20 erst drei Tage alt ist. Also von daher extrem schnell passiert und extrem beeindruckend. Also ganz klare 10 von 10. Das war es soweit mit der Folge. Daher würde mich interessieren, wie fandet ihr das Ganze? Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr neu ist, dann dürft ihr auch gerne abonnieren und mal gucken, wie die Videoserie ankommt und dann schauen wir mal, ob wir die ganze Serie fortsetzen. und nach oben.